Hallo Leute und schön dass wir wieder hier sein bei Against Cards mit der Mistkeeper Oh und Echtkräfte 27 Wir wollen jetzt noch immer von diesem Schlaupecker wissen wie er das umbauen möchte Was ja so super ist weil man schafft das ja nicht anders Geniert ja nicht anders Wobei ich ja einfach nur ein zweites Interface noch einen Storage Pass brauchte Aber der Storage Pass ist ja teurer Ja das ist ja nicht die Devise Ja das ist die Devise Nein Storage was ist teurer als ein Äh Import Ja das ist ja doch egal Das ist nicht egal Es ging darum leichter zu machen Besser Leichter besser Darum ging es einfacher zu machen Äh warte mal Ähm Darum ging es mal nicht Ja im Moment das kraften Das kraften Und dann Mal das kraften Und dann Mal das kraften Das macht das so viel Sinn der Umbordern Das extra noch einen Import Passbuch öffnen Dann würdest du mir sagen dass das teurer ist Sehr nicht teurer Problem ist das Ich Was Ich quasi Ne warte Sie sieht nämlich viel schöner aus Ich bin der nicht aber egal Wer hat Strom Wer hat Strom Wer hat Strom Man muss kurz hin und her testen Man muss kurz hin und her testen So jetzt haben wir gar keinen Zugriff Warum haben wir jetzt gar keinen Zugriff Dann hab ich Import und Export vertauscht Das kann man mal machen weil Es nicht immer ganz einfach ist mit diesem System klar zu kommen Und ich hab das Import Pass Äh wie viel rum hatte ich es denn gerade Polk So Hier war es roh Oder hatten wir es grad so rum Warte mal Hatten wir es grad so rum Ja wir hatens grad so rum Ach ich bin so ein Depp Niemalsalze kann ich mir meinen Juri! Baut das gleiche! Also jetzt müssen wir unten hinfahren! Da läuft's! Juri! Juri Yadari! Juri! Komm Juri! Net-Wanget-Network irgendwo ist kacke! Warte weiß kriegen! Jetzt haben wir auch noch einen Online Hä warum geht das jetzt nicht? Geh mal! Warte mal! Los Juri! Funktioniert nicht! Äh es geht schon! Warte mal! Ganz kurz mal denken! Der muss aus dem importieren können und der muss mal Doppel-Storage hinklitschen Es ist schon mal Doppel-Storage! Ich hab gedacht du brauchst keine Storage dafür! Es geht nicht! Es geht anders! Wir brauchen nur einen! Es ist trotzdem günstiger! Ich hab's schon mal wieder! Äh dieses Doppel-Doppel-Muppel! Gott sei Dank! Den Hauptdempie habe ich keinen Zubegriff auf den Copperstone! Warte! Dann ist es das andere Board! jetzt hast du auch noch nicht warum nicht weil das nicht das ging immer es geht nicht ganz einfach es ging trotzdem immer es geht nicht ich habe trotzdem mal einen Testfeld wo das ging zeig ich dir nachher irgendwann mal vielleicht aber es geht nicht also war es umprogrammiert ein Exportpass nur dann exportiert wenn du ein Item hinterlässt sonst macht er nix trotzdem ich hatte es immer so gebaut ich kann dir dann nochmal die Welt nachher zeigen wenn ich sie noch finde nur weil du es einmal gemacht hast seit einer langen Zeit immer funktioniert trotzdem das ging ja es ging vielleicht irgendwann mal aber schon ewig nicht mehr dann klatsch mal zwei Storage Passen du besser wisse du das ging trotzdem so wo glaubst du wo ich das her habe mit den Storage Passen habe ich ja gegoogelt wie das funktioniert jetzt muss aber natürlich auch sagen dass hier bei den Storage Passen nur Cobblestone hin und her geschickt werden darf warum weil er sonst alles in andere Systeme reinklatscht es gibt aber ja nichts im anderen System habe ich gerade gesagt falls du eine Kiste irgendwo hast aber so soll es ja auch sein dass er alles hinterher schicken kann denn deine Methode würde jetzt so dazu sein dass er nur Cobblestone treffen kann das ist aber ja jetzt auch wieder schlecht weil wir ja sagen müssten eigentlich du darfst ja trotzdem wir müssen ihnen ja eigentlich jetzt nur sagen du darfst aus dem System na gut eigentlich da rein und raus tun ja rein und raus damit das wieder zurück tut ja deswegen was schon ich habe ja in meinem System hier oben habe ich ja mit zwei Storage Passen die nur extrahieren können weil ja damit er aus beiden im E-System kraften kann beim Kern Terminal aber sonst legt das ja falsch wieder zurück deswegen ja deswegen muss ich nur das verbieten das ist ich weiß nicht besser doch das habe ich gewusst und du nicht du hast gedacht hatte da noch mal die Welt du hast gemeint weiß das besser dass es vielleicht irgendwann mal ging das habe ich irgendwo was gelesen dass es mit Import und Export passen irgendwie geht aber das ist schon lange her ja trotzdem kann ich alles immer umschrauben ja klar den Update ändert sich da gibt es aber auch so was das nennt man ein Change Logs die lässt kein Mensch durch da steht das wahrscheinlich auch drin dass sie es geändert haben die lässt sich aber doch kein Mensch durch ja aber dann passen halt vielleicht oder man schaut einfach Spotlights an dort wird das auch meistens nein das machst du halt und ich nicht und so sieht es aus ja aber ich kann dann behauptungen aufstellen die auch stimmen ja aber ich kann dann behauptungen aufstellen die auch stimmen du würdest mich euch Trottel erstellen denn ist doch egal nein du Trottel du Stein ich bin halt der Trottel vom Dienst genau gibt es zu dafür habe ich jetzt ein System entwickelt was funktionieren müsste ja dafür ist jetzt ein Storage Pass äh ein Export und Import Pass zusätzlich das brauchen wir sowieso ich meine nur für dein Thema günstig jetzt ist es teurer gekommen jetzt ist es teurer gekommen ja ich hab mal Minus gemacht wegen dir ich hab mal Minus gemacht wegen mir jetzt bin ich schuld warte bin ich hier ja warte schon die ganze Zeit sind wir da immer zu sein ähm das war es halt anders so und da rein geklutscht so es fehlen noch 1 2 3 4 Moment dann hätten wir das auch und dann fehlen nur noch außen die Dinger aber da muss ich dann irgendwie erst die ganzen ähm Rituale machen haben wir eine Speed dann 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 kann dann gut es ging halt dann doch es mei mei also stets behauptet er hat mich steht glaubt dass es geht es ging halt kommt mich für eine die Oma das ist doch ja aber das musste sich der Öffentlichkeit machen siehe ja zumindest könnte so machen wie du dann recht gehabt das dann wird natürlich anders aber so nicht du nicht so nicht mein Freund Juri Juri haben wir irgendwelche Pipes ja Konduitiv haben wir nicht aber wir haben nicht ja die von der Ma in der Nähe ist da ja 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 aber ja 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 das Okay, du kannst dich ja schon mal ran setzen, wenn du nichts anderes zu tun hast. Naja doch, ich warte grad bis... ...der Opferd ist. Na also du wartest, also kannst dich ja nicht ran setzen. End... Cake. Bombeiner 4. Äh, wir haben gar nichts davon. Sechs mal Auge. Wir haben gar nichts davon. Ein Bomber Kuhn. Haben wir keine Milch. Dann musst du Milch holen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Die arme Kuhn. Die arme Kuhn macht Muu, Juhu. Aha, das... ...laft nicht so mit dem Kühlen melken, oder? Oh. Ich glaub schon, nur du kannst ja nicht mehrmals auf einmal melken. Ja. Ja, früher ging das ja mal. Oder geht vielleicht im Standard? Ja, zwischendurch ein kleines Timeout haben sie schon. Dachte ich... Ich weiß nicht. Ich weiß, früher ging es mal einfach so. Aber ich hab schon seit Ewigkeiten. Ist das seit der 1-1 glaube ich noch nie mehr eine Kugelmolke zu tun? Hat der 1-1? Doch! Ich kann dir sagen, in der 1-2-5 hast du... ...auf jeden Fall eine Melkanlage überhaupt. Ja, oder so. Ja, dort gab's noch kein Ding. So, Endkick hab ich. Hier mal im Haus. Etwas im Haus ist. Da. Uh. Der ist ja schon angegessen. Wo hast du denn hier jetzt schon angegessen? Nein, den hab ich vollziert und aber schon angegessen. Das ist wahrscheinlich nur ein einziges Mal. Wo hast du denn hier jetzt hin platziert? Aus. Vom Bett. Dann musst du halt noch ein Stück kraften. Welche muss ja auch hin, weil das ist nur ein Kuchenstück. Äh. Noch so ein Ding. Ähm. Bucket. Und dann brauchen wir die Schar, um hier zurückzukommen und äh, ja, keine Ahnung. Die haben wir ja schon. Ja, muss ich erst noch reinstecken. Ja. Ah, jetzt werde ich wohl noch 2 Mal Milch bekommen von euch, lieben Kühn, oder? Äh, Blacklist Threadstone, dann läuft das. Oh, genau, das steht gerade an der Milch. So, einmal. Und zweimal passt. Der Milchroboter kann sich ja andauernd melken, aber ich nicht. Hä, was? Ach, der Milchroboter, also dieser Harvester. Kann sich ja andauernd melken, aber ich nicht. Mann. Hi. Du hast keinen Enderperlen. Musst du neu machen. Ähm. Gastier. Oh, haben wir auch nicht mehr so viel. Musst du neu machen. Hehehe. Musst du einfach neu machen. Dann äh, dann äh, dann äh, dann entklappen. Ähm. Zack, zack. Zack, 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 zack. Und kuchen. Kann ich den jetzt dem anderen hier stellen, oder muss ich den separat stellen? Mhm. Stellen lieber separat. Weil wir in den letzten Einblock Abstand. So, passt. Jetzt hängt es genau vor den Betten hinstellen können. Ja, egal. Mal nichts zu spüren. Das heißt, wir werden da nächste Folge wahrscheinlich jetzt End gehen, oder was? End gehen, und... Und vielleicht finden wir da Direwolf? Direwolf mag ja kein End. Vielleicht. Wir spekulieren. Vielleicht ist ja der Endertrag, aber man weiß es ja nicht. Die Idee? Ja, nicht schlecht. Aber das sehen wir in der nächsten Feuer, Leute. Wenn es da heißt, äh, Game and Skies 2 mit Endgrifter 27 und... Der Mistkeeper. Yeah. Also, macht's gut, Leute. Und haut rein. Tschüssi. Tschüssi.